hallo zusammen willkommen zurück zu terraria alleine machen eine neue welt in der 1 2 kann man schon eine weile nichts mehr erst hat sich erst hätte die 12 auch noch auf sie warten lassen dann muss er erstmal ein bisschen aus kurieren kann man so sagen ob er jetzt sollte eine aufnahme eigentlich nichts beim weg stehen so wenn er jetzt mal fertig ist dann können wir auch weitermachen irgendwann mal so lange gedauert ich dachte mir auch wenn die beiden jetzt keinen bock mehr haben macht trotzdem weiter ich kann dann nicht jedes projekt da irgendwie anfangen und dann sein lassen also neue musik schon mal und da ist auch irgend so komisches feed da unten die 1 2 hat uns hier eigentlich noch gar nicht gespielt kann ich schon mal vorweg sagen auf jeden fall kann man jetzt wieder ein kaputt auch jetzt auch und aber noch die Oper und mit jetzt Schwer ist hier. F*** ist immer das. Das ist eh die Klasse. Mach das doch mal. Mach das doch doch mal Kopf. Aha. Aber ich glaube Wasser abfließen lassen geht trotzdem noch. Man muss den Block mal irgendwie so komisch anschlagen. Okay, Corruption. Korruptions... ...Gedöns... ...Zoß. ...Gedöns... 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 ...Böse Zunge... ...Ach man könnte das als Rekordgewinkel zeichnen. Okay, das ist schon mal in der Richtung. So... Ich brauche unbedingt die... ...Klaute in der Bottle. Oder wie die heißt. Das konnt ja wohl sonst das wahrsehen. Ist so angenehm, ne? Dass man hier hochlaufen kann. Teils. Was ist das eigentlich? Blei? Warum zum Teufel gibt es das Blei? Oh die war doch eigentlich drei. Wie ist das? ...Klaute in der Bottle. Die war doch eigentlich drei. doch hier schon viel besser aus ich blicke gerade irgendwie so gut wie gar nix so das ist so ne Schürze das ist so ne Schürze gut ok so baubar also hier ich glaube ich habe auch schon geplant die erste kleine Höhle, dann baue ich mir einen vernünftigen Tauchster aber ich muss sagen, dass man jetzt hier über einen kleiner Blöck rumlaufen kann ich kann noch etwas klimatisch sein, ich kann jetzt nicht mehr so langlaufen und dann automatisch abholen lassen aber da kannst du machen, nix so, einmal in die Fresse rein so, total weg das ist die Atmungsanzeige ich dachte, da gibt es keine was ich hier erreichen würde, ist eigentlich nur, dass das Wasser tiefer ist, sodass man hier unterbauen kann so 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 ok der wäre in Sicherheitsverwahrung so, das ist jetzt nervig ok genau escape ich mach den bau genau mal gleich anscheinend haben sie sich so geändert dass man alle blöcke mit der spitze richtig klar auf die steuerung facheln haben sie auch ein bisschen verändert haben jetzt eine animation so kisten aufstellen so stelle ich dann meine kisten merkt dass ich zwei monate könnte so So. Okay. Ach, Zäune gibts auch. Ha. So. Jo. Es nimmt vor, man. Auch wenn es so ein Klotz ist. Ein Klotz ist auch eine Form. So. Endlich. Fass. Okay. Da fehlt noch was. So. Jetzt sollte es aber funktionieren. Oder nicht? Nein. Immer noch nicht. So. 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 Wo waren wir? Hier. Piggy Bank. Ach. Scheiße. Da sind noch richtig viel drin. Ja. Ja. Spicks. Gold Coins. Ha. Ja. Damit lässt sich schon mal wieder was anfangen. So. Jetzt brauchen wir mal einen Ofen. Was ist das denn? Campfire? Robcoil? Habe ich nicht gehört. Achja, die Steine ja da reingebracht. Ok, der sieht neu aus. So, wo waren wir? Wo waren wir? Achja, Holzrüstung gibt es jetzt auch. Ok. Ah, also das Lied kann man für Kisten benutzen. So, auch wenn es ein bisschen dunkel ist, ich muss hier arbeiten. Oh, das ist ein Treile hier. Ich habe hier immer tätig. So. Auf jeden Fall wird das Haus aus Stonebricks gemacht. Ich frage mich so, wo ich denn das ganze Spiel in der ganzen Rollzeit brauche. Außenanlage vielleicht. Ach so, der Baum ist schon. Ich bin super, dass ich es nicht so schön finde. Ich bin super, dass ich das Gefühl habe. Ich bin super, dass ich nicht so fühle, dass ich nicht so fühle. Was ich vorhin weiß, ist natürlich ein Ausdrehter, also ziemlich zumindest, ne? Das hätte ich ja eigentlich eine halbe Minute benutzen müssen. Das ist schon viel an, wie dem jeder da arbeitet. Ich bin ein Glaserschwert, statt mit einem Holzschwert. Ist ja gar nichts hier. Okay, Dämonen haben es auch mal gemacht. Also, die haben alles in Richtung gemacht. Und noch mal kleine Sachen. Weil dieses Dreirad am Großteil ist das gleiche, ne? Wow. Wenn es nicht gut, dann wird überhaupt mal wieder was geklappt. Klar weiß nicht, in den Jahren eigentlich ist gar nichts. Und jetzt geht das ja alles los. wo man könnte eigentlich sagen das ist seven days to die in zwei ganz viele zombies hier wollen in ein haus so wie kann man das mit Minecraft auch vergleichen wackel pudding auf dem korb ich weiß nicht was es bedeutet du kriegst ja richtig so den epileptischen wenn du dazu siehst ja gar nicht mehr durch schädel Shadowhelm Cooper Ha Okay Weiß Woh Was ist das denn? Ist das die Nachbar einfach vorbei? Ich würde sagen, ich muss erstmal ein bisschen links farmen gehen Ähm Wind Ein bisschen ein Stein Jetzt wird schon wieder Heller Das ist gut Kann ich ja schon mal wieder losgehen Öhm Ich denke mal, das Teil hier muss weg Na, na, so Ja 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 Ja